Wenn man die Mischung aus einem Tracking Beil und einem feststehenden Messer will, man holt sich ein großes Messer. Hey Leute, ich bin der Chris vom Wolfgangs YouTube Team und ich möchte euch heute ein bisschen mit in den Wald nehmen und würde euch gern was erzählen heute über die wichtigsten Werkzeuge im Wald, sprich Klappmesser, feststehende Messer, Äxte, Beile, Säge natürlich und was es alles so gibt. Ich würde euch ein paar Sachen zeigen davon, vor allem der Einsatzzweck, der richtige Umgang und was man einfach so alles wissen sollte. Also wenn ihr Lust drauf habt, dann kommt mit. So, das muss ich euch schnell zeigen. Schaut mal, zuerst habe ich gedacht, hier hätte ich ein bisschen Material zum sägen, zum hacken und so weiter. Aber guckt euch das an, der ist komplett morsch. Der liegt hier schon eine Ewigkeit wahrscheinlich. Und schaut mal, selbst die großen Äste hier oben, die könntet ihr locker mit der Hand wegreißen. Da oben hängen auch schon welche, quer runter. Also von sowas wegbleiben. Hier oben hängt das Stück im Baum. Schaut immer nach oben. Ganz, ganz wichtig. Sonst fällt euch was auf den Deckel. Das sieht schwerstens nach rege aus und sie haben auch rege gebracht. Wie ihr wisst, immer an den Wetterschutz denken. Gerade in der kühlere Jahreszeite, heute geht es wieder. Aber ich habe es im letzten Video erklärt, als es um den Wetterschutz, um die Tarp-Aufbauvariante ging. Sobald ihr nass seid, kühlt ihr ganz, ganz schnell aus und dann wird es nicht spannend, sondern gefährlich. Deswegen suchen wir uns erstmal einen schönen Platz und schauen, dass wir trocken bleiben. Schaut mal, den hier und den hier. Da haben wir ungefähr vier Meter. Ich habe es euch ja schon mal gezeigt. Passt. So, wie immer vorab, ein persönliches Anliegen ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Wenn ihr euch im Wald aufhaltet, wenn ihr hier spazieren geht, ein bisschen Bushcraft macht oder so, ihr wisst, benehmt euch anständig. Lasst kein Müll hier. Baut kein Mist. Macht kein Feuer, um Gottes Wille. Macht nichts, wo ihr euch und andere damit schaden könnt. Ist ja immer einfach ganz wichtig. Und gerade heute, wo es um das Thema Messer, Äxte, Säge geht und so. Schaut immer, dass da was dabei habt. Erste Hilfe-Set oder so. Ruckzuck hat man sich mal geschnitten, verletzt sich. Einfach, dass ihr reagieren könnt im Notfall. Ruckzuck. So, nachdem wir uns jetzt halbwegs hier eingelebt haben und ein bisschen geschützt haben, weil es wirklich wahrscheinlich gleich anfängt zu regnen, so wie es aussieht. Kommen wir mal zum heutigen Thema, Waldwerkzeuge. Was gibt es denn für Waldwerkzeuge? Natürlich, ganz klar, Messer, Säge, Äxte, Beile, Taschenmesser und so weiter. Ich würde sagen, wir fangen heute einfach mal beim Kleinsten an. Das ist eine Mischung aus Multitool und Messer und natürlich wird es jeder kennen, ganz klar. Ich trage es hier ganz gerne um den Hals. Das ist mein Victorinox. Das ist einfach ein Taschenmesser, das man überall kennt, das überall anerkannt ist vor allem. Und das ist im Prinzip ein Multitool, einfach ein Multifunktionswerkzeug. Ihr habt hier immer eine relativ brauchbare Klinge dabei, also mit der kann man wirklich viel anfangen. Ihr habt hier je nach Modell zum Beispiel eine Säge. Ist man natürlich ein wenig limitiert, sage ich mal, von der Länge, ganz klar. Und so wie in meinem Fall zum Beispiel, habe ich hier sogar noch einen Feuerstahl mit dran. Einmal hier neben am Keugezieher und einmal sogar noch hier vorne, anstatt von dem Zahnstocher. Also für mich ein richtig kleines Wald EDC, Everyday Carry. Ich könnte mit Feuer machen, ich könnte mit dünner Säge, was natürlich blödsinnig. Ich könnte ein bisschen mit Schnitze. Ganz klar der Vorteil bei einem Victorinox, bei so einem kleinen hier ist, es verriegelt nicht. Das heißt, Arbeiten kann gefährlich sein, deswegen würde ich bei einem Taschenmesser, wenn ihr es richtig als Arbeitsmesser benutzen wollt, als Worker, würde ich immer darauf schauen, dass es ganz klar verriegelt. So, ihr habt also gesehen, das Victorinox natürlich das Multitool schlechthin, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Ich liebe es, ich habe eigentlich immer eins dabei, im Alltag, im Wald, eigentlich immer. Was auch ganz cool ist, wie gesagt, hier gibt es mittlerweile sogar schon Feuerstähle dafür, die ihr benutzen könnt. Hier so ganz kleine, aber sehr, sehr teuer, die Dinger. Kleiner Tipp, wenn ihr einen Feuerstahl dabei habt und ihr wollt den Feuerstahl anreißen, die meisten Feuerstähle haben ja einen Striker dabei. Ihr könnt euch aber auch ohne Probleme helfen, indem ihr euer Victorinox nehmt, euer Schweizer Taschenmesser. Und zwar ist der Rücke von der Säge, der ist extrem scharf, das heißt, ihr könnt ihr ohne Probleme immer Funke schlagen. Aber dabei wieder aufpassen, es ist halt nicht verriegelt. Und das ist auch leider der große Nachteil, sage ich mal, an den meisten Victorinox. Als Hardewaker nimmt man halt doch einfach lieber was anderes, ein Messer, das man arretieren kann. Und deswegen kommen wir zum nächsten Messer, die nächste Größe, also so ein mittleres Messer, sage ich mal. Und zwar ein Taschenmesser mit einem Verschluss. In dem Fall hier haben wir ein recht klassisches von der Form her, mit einer Hechtklinge. Wir haben hier jetzt einen Hohlschliff. Der Hohlschliff ist bei dem Messer hervorragend geeignet, um das Messer sehr, sehr scharf zu bekommen. Und eignet sich dadurch für Essen zubereiten, für feine Schnitzarbeiten und sind halt richtige Schneiteufel. Eignet sich dann nicht so zum Holzspalten, zum Batonen und so weiter. Aber ganz ehrlich, mit so einem Messer sollte man das auch nicht machen. Viel zu gefährlich. In dem Fall hier haben wir jetzt einen Backlog, der für mich persönlich das meiste Sicherheitsgefühl gibt beim Arbeiten. Das heißt, wenn ich hier schnitze, das Messer steht wirklich fest hier. Also ich habe einen sehr, sehr, sehr sicherer Verschluss mit dem Backlog. Und da brauche ich mir dann wirklich beim Arbeiten wirklich keine Sorge machen, dass irgendwas passiert. Natürlich, wie gesagt, Holzspalten und solche Sachen, alles leider schon gesehen, macht man mit einem feststehenden Messer. Würde ich nur im äußersten Notfall machen. Und ja, sonst natürlich nicht. Jetzt will man ja natürlich immer das Beste von allem haben. Das heißt, man will ein Multitool dabei haben. Man will ein Messer, das arretierbar ist. Man will noch eine gescheite Größe dazu haben. Gibt es sowas? Natürlich gibt es sowas. Das, das ich euch jetzt zeige, ist aber wirklich ein Hammermesser. Ist auch ein Schweizer Messer. Ist das Ranger Wood 55. Gibt es verschiedene Versionen mit verschiedenen Griffe und so weiter. Will auch gar nicht auf das Modellgroß eingehen. Was dieses Messer aber ausmacht, ist die große Klinge, die feststellbar ist. Das heißt, ihr könnt mit dem Messer wirklich richtig gut arbeiten. Und das nächste. Wir haben hier eine Säge dabei. Und zwar für ein Taschenmesser eine richtig große Säge. Mit der könnt ihr natürlich schon ein paar andere Sachen wegmachen, wie so kleine Äste. Und zwar für innen. Also für ein paar Dinge. Und zwar für ein paar gli também. Und zwar für einen Tag. auch hier wieder feuerstahl anreißen den sägerücken nehmen kann es euch nur empfehlen saumäßig scharf funktioniert das schönste messer im wald das beste messer im wald das mit dem am meisten anfangen kann ich würde sage ganz klar ein feststehendes messer jetzt zeige ich euch mal meins das lupus ich habe jetzt dieses messer heute gewählt weil es einfach eine recht einfache form der praktische form der klassische form hat hat also keinen groß schnick schnack sondern es hat was mir wichtig ist als outdoor messer als bushcraft messer es hat eine glatte klinge rücke es ist komplett scharf hier angeschliffen also das sind sache da solltet ihr wirklich drauf schauen man kann natürlich der feuerstahl auch mit einem striker anreißen oder so aber wenn ich mir messer zulegen möchte mit dem ich im wald arbeiten kann bisserl bushcraft betreiben kann dann würde ich persönlich wirklich drauf schauen dass ihr ein richtig gute klinge rücke nimmt einer der scharf angeschliffen ihr könnt jederzeit hier euren feuerstahl bedienen und zwar richtig gut ansonsten die klinge länge wir haben hier knapp unter 12 cm ich persönlich bevorzugt messer ich würde mal sage klinge minimal 11 cm also für ein feststehendes messer ich würde niemals weniger nehmen wie 11 cm man muss aber leider bedenke paragraf 240 a in deutschland dürfe die feststehende messer in der öffentlichkeit um sie zu führen maximal 12 cm lang sei die klinge deswegen darauf achte das hier ist eins das paragraf 240 a konform ist mir persönlich ist es auch sehr wichtig wenn ihr schnitzt immer vom körper weg niemals zum körper hin wenn ihr da abrutscht ist die scheiße schon vor programmiert immer schön vom körper weg selbst wenn ihr abrutscht wo wollt dann hinrutschen so holz ist ziemlich nass klebt deswegen etwas also die feinste löschen bekommt man nicht hin aber ihr seht schon ein flach schliff wenn er gut ausgeschliffen ist schon ein richtiger schneiteufel auf jeden fall wenn ihr zum beispiel ja feine löschen machen wollte oder so rammt euer messer hier irgendwo rein in eine feste stelle und sie dann das holz zu euch her also nicht mit dem messer weg arbeiten sondern einfach mit dem holz arbeiten so jetzt haben wir eigentlich so die kleineren messer haben alle durch was gibt es denn sonst noch für werkzeuge wenn es mal wirklich richtig dicke ist das sind natürlich die säge gar keine frage was braucht man eine säge zum säge da brauche ich glaube ich nicht viel dazu zu erklären wichtig ist wenn du euch eine säge zuholt ihr könnt euch natürlich auch eine bügelsäge oder so hole ich persönlich empfehle natürlich lappsäge erstens mal keine frage hier pack maß wir haben hier richtig großes blatt ich glaube mit was waren das 24 cm also da könnt ihr ordentlich was weg säge damit klar wenn ihr die dann natürlich ein klappe könnt ist sie natürlich nur halb so groß die säge das ist der eine vorteil und ihr könnt euch nicht so leicht verletzen natürlich daran ihr könnt euch nicht die ausrüstung im rucksack kaputt machen wenn eine bügelsäge dabei habt ihr müsst ja immer einen kanteschutz ein säge plattschutz drum machen so also macht keinen sinn für outdoor aktivität das sage ich mal deswegen genauso praktisch wie ein klappmesser natürlich auch eine klappsäge ihr seht schon da geht das ganze ein bisschen einfacher natürlich aber halt hier eine große fläche sind jetzt auch nicht gerade so die hammer äste aber ich frage mich was soll man denn im wald groß säge mit einer klappsäge so dann kommen wir jetzt zum wohl mächtigsten werkzeug im wald und das ist ganz klar in meinem auge das tracking weil die kleine axt oder wie immer erst auch nennen wollt man kann viel mit seinem feststehenden messer machen das ist keine frage es gibt auch immer diskussionen zum thema holz spalten mit messern und ich sage es euch auch ganz ehrlich meiner meinung nach wenn ein messer nicht ein bisschen holz spalten kann also ein großes outdoor und bushcraft messer dann ist das messer meiner meinung nach fehl am platz messer sind schneidwerkzeuge das ist keine frage aber ab aber ab einer gewissen größe da ist das zum hacken zum spalten und sollte für alles benutzt werden können also wenn es dann grob wird wenn es dann wirklich viel wird wenn man weiß man muss für den ganzen abend holz machen dann nimmt man sich so ein schönes tracking bei hier mit wie meins zum beispiel ihr müsst da immer so ein bisschen kompromiss eingehen das ist ein achskopf mit 500 gramm das reicht mir vom gewicht her alles was ich unterwegs spalten will kann ich damit spalten und wenn wir dann ein stück holz spalten wollen wir nehmen mal das hier das hat nämlich schöne acht hier drin aber egal wie ihr es macht wichtig mal hier sind wieder meine schenkel deswegen niemals hier so hinstelle wenn ihr abrutscht mäßig gefährlich wie gesagt wenn ihr euch ganz ganz unsicher seid dann wir machen es mal mit einem kleineren stück hier dann legt euch einfach schräg hin wenn es rund ist haltet fest wird auch hier natürlich jetzt funktionieren drauf so und ob er genau selbe einfach schauen dass das schön mit ich trefft beine weg ihr könnt natürlich vorsichtig anfangen dass der erste mal drin seid aber ihr könnt natürlich auch einfach wenn man die mischung aus einem tracking bei und einem feststehenden messer will man holt sich ein großes messer das ist hier zum beispiel mein hukari das hat eine länge von ich mein 22 cm so ist ein riesen brocken carbonstahl es hier ist auf jeden fall der kompromiss aus allem würde ich mal behaupten aber zeige ich euch natürlich jetzt natürlich kann auch das hackmesser wie schon der name sagt hacken und aber auch sehr gut spalte so und jetzt kommt natürlich auch der vorteil vom hackmesser weil wie der name auch wieder sagt das hackmesser ist natürlich auch ein messer und in dem fall ist auch ein richtig gutes messer so leute ihr habt also gesehen das thema waldwerkzeuge messer ich hoffe es hat dem ein oder andere was gebracht und ich würde mich sehr freuen wenn man es nicht schon mal wieder so bis dort noch ciao